Er sollte sich repräsentativ für seine Ethnie selbst stellen und einsperren lassen. Hallo! 16 Fragen an Black Lives Matter von Axel Ost-West. Ist dem aufgefallen, dass er ein Ausländer ist? Bislang ist der Schwarze der einzige Nazi, der sich vor der Kamera zeigt. Hört doch auf, die ganze Zeit Ausländer zu hassen. Ich weiß, wie Schlomo heißt und wo er wohnt. Also wenn Schlomo ein Video gegen mich macht, dann werde ich das einfach veröffentlichen und ihn aus Irland anzeigen. Du wirst keine Adressdaten veröffentlichen, aus Irland raus.